das ist ja nicht nur schlecht was du hier aufgebaut hast ja die rekordierung läuft hervorragend ich glaube ich habe mein charisma unterschätzt oder die tatsache dass sich niemand gerne in die luft sprengen das macht sie mit euch bereits nummer 26 das hier ist nummer zwei unser spiritueller anführer ist nummer zwei das kann nur ein witz sein genau warum bin ich nur nummer zwei wir haben inzwischen mehr als 25 leute für unsere sache gewinnen also 26 genau da sind allerdings auch die drei abgerichteten delphine schon mit geschält also beschwert du dich noch einmal über deine nummer errichtet delphine ab das ist mein job hier was dagegen es schien tor bedo delphine ok dass unter tonis obhut selbst niedliche zu blutrünstigen mordwaffen werden leuchtet mir ein aber wozu das ganze was nutzen abgerichtete delphine bei dem versuch einen fahrstuhl in den orbit zu kapern man muss halt nehmen was man kriegen kann was offenbar insbesondere für spirituelle anführer gilt zuerst wollten wir flugdrachen haben aber das hat sich als fataler wildschlag erwiesen ich habe nummer 27 von anfang an gesagt aber er wollte einfach nicht hören tja nummer 27 trottel durchreiche ihr habt sogar eine küche na klar wir müssen doch irgendwie unsere drucken verb legen wow das ist mehr als ich dir zugetraut hätte was denkst du denn wir machen hier ja kein kindergramm will dein neuer freund auch einen orangensaft janos nicht jetzt mama dein kinder kam aha verstehe hallo hallo noch ein neues gesicht bist du auch einer von janos kleinen freunden na hören sie mal ich bin der anführer einer rebellion gegen den organon natürlich unser tapferer anführer denn auch einen orangensaft vielleicht später haben sie zufällig etwas katzenfutter leider nein mein junge ich wollte vorhin etwas zubereiten aber die nette junge dame hat mich darauf hingewiesen dass die jungen der chine nicht zu den vorräten zählen welche nette junge dame denn ein knister kann man damit was anfangen plant specken ja ihr soll euch der onkel rufus ein paar kunststücke beibringen nein 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 was wie sie sich freuen okay janos mit ihm haben wir eigentlich schon geredet hey janos ah rufus totem organon und so totem organon ja was treibt tony denn hier du genst nummer 26 sie hat sich der rebellion angeschlossen weil irgendwer ihr heimatdorf verwüstet hat ja ich weiß der organon nein nicht der organon irgendwer namens wer wickte gott donne nie gehört wie hast du es geschafft in der kurzen zeit so viele leute zu mobilisieren ich glaube sie haben sich einfach daran gewöhnt einen planeten unter den füßen zu haben außerdem habe ich ihnen die shirts mit lustigem aufdruck versprochen weil ich wie erwoll kam das klingt ja gut aber warte mal als donner jetzt kurz stört klingt was zu donner ist untergetaucht da wünschte ich was ich hätte die torpedorausrüstung nicht verschärbelt andererseits war die bittscher auch sehr lecker was hat es eigentlich mit diesen torpedodelfinen auf sich cool nicht wahr wenn du sie brauchst sprich mit nummer 26 aber erwarte nicht so viel ich musste die torpedorausrüstung verkaufen um für alle bittscher zu bestellen ach du schreck du hast die gesamte torpedorausrüstung verkauft ja im gadget shop auf dem schwimmenden schwarzmarkt hat mir war wäuerwäste einlegescholen als bonus draufgegeben wir müssen zurück zum schwimmenden schwarzmarkt und dort die torpedos zurückbekommen an wen hast du die torpedorausrüstung noch gleich verkauft an den schobomat gerade noch rechtscheidig vor laden schluss das ist nicht etwas zu riskant direkt unter der nase des organon zu operieren apropos du hast da ein popel zu hängen ein bobel die die geht aber das ist genau der punkt direkt unter der nase kann man nichts sehen und riesen wie hier in der canalisation auch niemand und stehen sogar langsam die duftbäume aus heißt dass das und hier der typ der umgang läuft das organen boote oder was ich gehe dann mal tauchboote jagen du das wie war la revolution ja handel tun ich freue mich eigentlich nicht dass sie zu mir zurückgekrochen kommt ja pech gehabt toni ich habe jetzt nämlich eine richtige freundin also zwei drittel davon na dann sie mal an mir mir da hinterher gelaufen kommt tja meiner magnetischen anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen mach es bitte kurz ja ich habe hier eine aufgabe die meine volle konzentration erfordert delphine hüten einen brechreiz unterdrücken ja was machst du hier überhaupt ich könnte ich ja wohl dasselbe fragen wolltest du nicht mit dieser gabi nach elysium reisen heißt goal und wo ist goal ist sie bereits einem deiner brillanten manöver zum opfer gefallen hast du sie aus versehen aus einem brennenden heißluftballon geworfen reich gefehlt es war ein notboot oder sie sogar ein einzelteil zersägt nicht im wörtlichen sinne wohl wartet draußen und sie ist wohl auf zumindest zu zwei dritteln sie kann einem nur leid tun wie bist du hier gelandet du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen was tja ich wachte eines morgens auf und stellte verwundert fest dass es in der ganzen wohnung kein einzigen brand zu löschen gab ich musste kein dach neu decken keine zahnpaste aus den heizungsrohren polen keine verwundeten nachbarn verraten es bestand nicht einmal die notwendigkeit ein gnu aus der küche zu verscheuchen und da packte dich die sehnsucht nach mir und da erinnerte ich mich daran dass ich seit jahren kein urlaub mehr gemacht habe in bosa westwork hört ich dann gerüchte von einer rebellion gegen den organon das hat scheinbar mein altes retter syndrom geträgert und ein retter syndrom wenn überhaupt dann hast du ein prinzessinnen entführen und mit feuer bellen auf retter werfen syndrom nenn es wie du willst ich dachte nur dass meine erfahrung im bergen von explosionsopfern nützlich werden könnte du hast mir so einige fähigkeiten zu verdanken kann ich nicht mal bestreiten schön dass du da bist verpiss dich das delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden rekrut bitte was ich hoffe doch ich habe mich verhört aber tony ich bin immerhin der anführer ich muss darauf achten dass hier alles seinen geordneten gang geht und ich kann dich unmöglich bevorzugen nur weil wir mal zusammen waren das ist doch gibt es probleme rufus ich glaube du hast deine mannschaft nicht im griff janosch nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen tatsächlich ich darf doch wirklich sehr bitten nummer 26 wenn der chef etwas anordnet dann hast du wogelschuhleichten aber dein aber rekrut ich habe mich geirrt das hier ist deutlich schlimmer als mein albtraum zum meeting trinke ich mein kaffee übrigens schwarz rekrut das ist jetzt nicht dein ernst oder dannosch rekrut bei euch piepst wohl ich bin doch nicht euer rekrut und nichts verschütten rekrut du schaufelst dir dein eigenes grab ja egal das ist es wert irgendwie nutzt das rufus ziemlich aus ja ich glaube dir würden ein paar liegestütze gut tun rekrut überspann den bogen nicht wir sind im bürgerkrieg tony jede deiner überschüssigen speckröllchen hier kann den tod eines kameraden bedeuten bedeuten du mieser oh 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 you were killed by ugly dragon rätzt den drachen ich hab er gestaltet sehr schön cute game new game restore was wenn wir jetzt natürlich nicht gespeichert gut nein die ganzen dialogen nicht gespeichert das ist ja das alles nicht gespeichert müssen wir das jetzt nochmal durchgehen oder ist das jetzt wie hast du es aus was trage ich ja noch nie was hat es auch wenn aber ich okay die topik du hast du dir an die an die an die müssen wir uns von schwarz machen und grünen ist es nicht ab ein aber direkt und riech ich gehe dann du das ok den kanister mitnehmen haben sie zu leider nicht wollte aber die weg so jetzt wird man vielleicht mal speichern bevor wir noch mal mit tumi reden speichern so gespeichert ist dann tun sie mal ja mache es ich habe ja viel einen brech das delphinbecken müsste mal wieder geputzt werden rekrut bitte was ich hoffe doch ich habe mich verhört aber toni ich bin immerhin der anführer ich muss darauf achten dass hier alles seinen geordneten gang geht und ich kann dich unmöglich das gibt es probe ich glaube du hast nummer 6 hat sich da wenn der ein ich habe sie zum mieter und nicht durch das ist ich glaube überspannen wir sind im bürgerkrieg jede deiner über du mieser aha bist du also und wie arbeitet es sich so unter meiner weisen führung ich habe ein paar fragen die genau das wird man eigentlich nein man kann sie nicht dass die karaoke zu singen okay dann fällt die idee schon mal flach aber ich brauche die hilfe der delphine für meine jagd kommt ja gar nicht in frage toni bitte das ist jetzt wichtig er hat recht 26 wo es braucht die delphine dringender als wir das stimmt na gut aber momentan wirst du nicht viel freude an ihnen haben sie sind schon den ganzen tag sehr deprimiert die bekomme ich schon aufgeheitert immerhin bin ich auch ein großer entertainer bis das so was ich bin toni meine hobbys sind meckern schreien und delphine trainieren ach ja ich kann es noch vom original nicht zu unterscheiden vielleicht würde es sie aufmuntern wenn du einen langsamen erstickungstod stirbst sie lieben physische komik na dann wie kommst du dazu delphine zu trainieren ich habe ihnen erzählt dass ich mit einem durchgedrehten pavian zusammen gewohnt habe das hat scheinbar ausgereicht warum sehen die delphine so traurig aus sie sind deprimiert kann ich verstehen wenn du ihre trainerin bist vielleicht sollte ich dir einfach ein paar knochen brechen ich glaube das könnte sie aufmuntern sie lieben physische komik hast du schon getan ich glaube wir sollten das thema wechseln von dem ganzen gerede bekomme ich langsam hunger auf thunfisch ja ich muss los ich habe wichtige dinge zu erledigen anführen und so was denn keine zynische schlussbemerkung ich wollte mal was anderes probieren ich dachte dann verschwindest du vielleicht schneller tja hat nicht funktioniert nope hm nach hinten äh was gulli ja das ist lustig das wird die delphine garantiert aufmuntern hm 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 verdammt mein plan braucht wohl noch ein wenig feinschliff ich hab so ne idee ich hätte sie auch liegen aber mit einer wahl die banan könnten wir gebrochen hm 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 Hier ist mein feines Gespür für intelligente Unterhaltung gefragt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017